Schauen wir mal, was Philipp macht. Hey Philipp, was machst du hier? Ich hab das eingespielt und jetzt schaue ich, ob er noch gut klingt. Hier wird ja an jeder Ecke geschuftet. Das wird 37, 38, 38. Philipp ist ganz so arm, weil der war krank, die letzten zwei Tage, aber jetzt kann er wieder. Auf Paracetamon und Ibuprofen spielt er gleich viel geiler Bass. Was machst du da? Reparierst du viele oder was machst du da? Das heißt, du spielst er ein und dann? Dann spiel ich ein und dann schaue ich irgendwo, wo ich immer scheiße gebaut habe. Und dann? Der Übergang, der gefällt mir noch nicht so richtig. Könnte geiler sein. Jetzt gefällt er mir plötzlich doch. Das ist doch besser, ne? Einfach dreimal hören, dann nutzt es besser. War schön, ja. Wenn da? Dann geht es doch besser. Vielen Dank.